Der Heiland ist gesetzt in Israel zum Fall und auferstehend. Der edle Stein ist an der Schuld, wenn sich die böse Welt so hart an ihm verletzt. Ja, über ihn zur Höllen fährt, weil sie wotshaftig an ihm rennt. Und Gottes Wut und Gnade nicht erkennt. Doch selig ist ein außerwärter Christ. Der seinen Glaubensgrund, der seinen Glaubensgrund auf diesen Eckstein legt. Weil er dadurch Heil und Erlösung findet. Weil er dadurch Heil und Erlösung. Heil und Erlösung findet. Heil und Erlösung 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 Vielen Dank.